Hallo, hier ist Ronja und wir spielen Master Wilders, heute mit dem Tops im Team und wir bauen ein Golem. Aber warte mal, es gibt verschiedene Golems, es gibt den Eisengolem. Ich kenne nur den Eisengolem. Ja, und es gibt dann noch so Golems, es gibt so, wie soll ich sagen, es gibt, glaube ich, ist das von der jüdischen Mythologie, so Golems, wo du den, wo du so Menschen... Klem ist ja gebildet. Nein, da gibt es so welche, die bringst du zum Leben, wenn du denen in den Zettel in den Mund schiebst, also wenn die so Menschenfiguren sind. Okay. Und wenn du den Zettel in den Mund schiebst, dann erwachen die zu Leben, dann musst du denen immer so Aufgaben in den Mund schieben, dann machen die das. Oh, ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwo gehört. Lass es trotzdem über ein Eis. Das haben die bei Simpsons, haben sie das mal so auf die Schippe genommen. Oh, das kann sogar sein, ich bin dann da irgendwie mit abgeschafft. Lass uns trotzdem über ein Eisengolem, ein Padbaum, ich glaube, sonst checken wir das nicht. Ich sehe, ich habe einen Teammate, aber der ist nicht da. Ja, den siehst du gerade nicht. Warte, gibt es einen, damit man den hinstellen kann, damit wir den nachbauen können? Ja, schon, aber ich habe eine bessere Idee. Wir machen einfach so, warte, weiß, quats. Wir machen jetzt einfach so eine Szene, wie der Iron Golem so auf Zombies drauf geht. Oh, okay. Ich glaube, so einen Iron Golem kriegst du hin, oder? Ich weiß nicht genau, wie die aussehen. Wir haben hier so... Warte, was baust du gerade? Baust du den Fuß, baust du das? Beine, die Beine, die Beine, die Beine. So, dann baue ich hier daneben das andere Bein. Okay, von der Kopportstation, genau. Was bauen du und dein Teammate denn, Flo? Ah, mein Teammate ist, glaube ich, nicht da. Deswegen kann ich alleine bauen, habe ich die Freiheit. Nice. Warte, ich glaube, wir müssen jetzt drüber bauen. Wir müssen, warte, 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 kann man das so machen? Die sind doch einfach nur... Ja, wir machen aber so, wir machen so abgedingst, dass man so sehen kann, dass man... Machst du andere Farbe, oder wie? Nicht andere Farbe, wir machen so, wir betonen die Teile. Nein, 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 nur so, die sind außen drumherum. Weißt du, meine? Ach, ach so, ja. Dass das so betont wird, dass so die... Ich kann man nachhinein auch machen. Okay, cool, verstanden. Dann mache ich den Zombie. Warte, ich baue dann trotzdem... Du brauchst den Golem, ich vertraue auf dich, wenn es nicht wird. Okay, baue bitte nicht meine Sachen ab. Tut mir leid, ich werde das demnächst trotzdem so machen wie... Deine andere Füße. Okay. Meine, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ich weiß nicht genau, wie ein Iron Golem aussieht, ich habe lange keins mehr gesehen. Ich baue den Lava Golem aus Minecraft Story Mode. So. Okay. Läuft ganz gut bis jetzt, würde ich sagen. Das Ding ist, die Aufgabe von den Iron Golems ist es immer so, die Villager zu beschützen. Die haben so einen länglichen Schädel, gell? Der ist nicht quadratisch, praktisch gut, der ist länglich. Ja, nein, nein, der ist länglich, ja. Dann musst du gucken, ob du es mal mit den Ballern hinkriegst, so... Die haben so rote Augen. Oder so rote Augen und schwarzes, schwarzes Augen. Okay, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es im Kopf. Äh, die haben doch so Ranken am Körper. Wie baut man die? Ja, die, die, äh, wir nehmen, äh, wir nehmen hier, ähm, wie heißt's? Weins, 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 ja. Gib mal einfach Weins ein. Ja, ja, ich will. I get it. Warte, die Arme stehen so ein Stückchen ab, gell? Und dann sind die ganz normal einfach auch so breite Klupplitz, die nach unten gehen. Eigentlich ist ein Iron Golem ziemlich einfach zu bauen, mell ich gerade. Das wird halt kein schönes. Ja, du musst, du musst, äh, mach mal, mach mal so ein länglich, also die Arme, mach dir so nach hier oben, weißt du, das meine? Hier so oben. Also, dass die so, so, so auf den draufhauen. Du musst die auch so dick machen, weißt du? Was? Also, du musst, du musst, ich, 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 okay, mach jetzt erstmal die Banner, mach erstmal die Banner, mach erstmal den Zombie fertig, weiß ich auch, wo ich die Arme hin, äh, dirigieren muss. Okay. Ja, mach das, kleines, ja, so. Hier, rot Farbstoff. Äh, schwarz Farbstoff, schwarze Augen, gell? Mhm. Also, schwarzes, schwarzes Augen, linksumson, rote, rote Pupiller. Oh mein Gott, wenn du noch eine Minute. Ah, ehrlich? Oh je, oh je, oh je, da macht den, macht den Eindruck fertig. Äh, aber ich bin am trying, warte, ich hab's falsch rum gemacht. Schwarz, schwarz, rot, rot. Sieht gruselig aus. Ah, was ist denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird schwer, das wird schwer. Die haben, die so eine Nase, die haben so eine komische Nase, gell? Ja, die haben so eine Villager Nase. Kann die nicht, das ist unmöglich, das ist kein Kopf für eine Nase. Ja, dann mach, äh, mach, 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 äh, ne Stonewalls, nimm mal Stonewalls, das könnte gut passen. Stonewalls. Ja, und mach das, probier das, als ob das so als Nase gut dastehen lassen könntest. Das Problem ist, oh ja, das ist nicht schlecht, oh ja, dann guck dir ein bisschen seitlich, aber, das ist jetzt egal. Und dann mach ich sein anderes Auge auch ein bisschen zur Seite, ist ja so ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich einfach ein Stück vom Kopf absäbeln? Äh, probier's einfach, lass fest, ich muss noch grad den Zombies fertig machen. Okay, mach den Zombies fertig, ich mach den anderen Arm. Warte, 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 das... Es ist halt nicht so ein, so ein schöner Geselle. Ah, das ist kein schöner Zombie, ich weiß, uuh. Ne, ich meinte meinen Iron Golem, ich meinte den Zombies. Nein, mein Zombie, nein! Was ist mit deinem Zombie? Der ist nicht fertig, kacke. Ich war jetzt noch so verwöhnt von der Zeit für, äh... Ja, von Pro Modus, das ist so ein... Oh nein. Okay, weißt du was? Es hätte schlimmer kommen können, sage ich. Ich sag, da geht viel schlechteres. Ja, guck dir Flo seins an, der ist alleine, nein! Oh Gott. Hätt ich mehr... Okay. Ich war seit zwei Minuten fertig. Was ist das denn? Äh... I don't know, superkacke. Okay, das ist superkacke, ich weiß nicht, was das sein soll. Das sind Kisten ohne Grund. Oh, Pixel Art! Superkacke. Aber der hat sich gleich Mühe gegeben. Wenn das Flo seins ist, okay. Okay, was ist das denn? Äh... Ähm... Der hat ein Haus in der Hand. Das ist so ein Godzilla-Ding, oder? Ja, keine Ahnung. Ich gebe ihm okay, ich bin leicht verwirrt. Okay, das sieht aus wie ein Golem. Warum gegnet das? Das ist eklig. Komm mal, das sieht aus wie was, was ein Golem sein könnte. Dem gebe ich ein Gut. Ah. Wizard Golem, ja. Das ist ein Stein. Oh, der hat die Ranken... Oh, ich hab... Der hat die Ranken verliessen, Tops. Der hat keine Zeit mehr. Äh, das ist nicht so schlimm, ja. Das ist... Oh, der ist aglig. Äh. Dem gebe ich ein Kacker. Okay, das hast du gehört, Flo. Ja, mein Teammate hat sehr viel beigetragen. Okay. Ja, das kriegt von mir ein... Okay. Ja. 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 Okay. Das ist ein riesen Baby in Stein. Aber der hat auch Ranken. Oh Gott, der hat Dirt als Gesicht. Ah. Äh. Kacker? Kannst du halt sehr schlecht darstellen. Oh, guck mal, der hat es besser gemacht. Der hat immerhin schon Ranken. Aber ich habe jedem jetzt super Kacker gegeben. Ehrlich? Ja, das ist aber wirklich nicht. Irgendwie nicht so... Ich gebe dem, okay, der ist besser als die anderen. Bis jetzt. Okay, der kriegt einen super Kacker, sorry. Aber... Ich meine... Was ist denn das? Ich meine, das baut man in 5 Sekunden. Pixelart! Das ist bad. Hä? Guck, Alex hat schon gemerkt. Ah, hier. Pixel. Ja, ich glaube, der Dirk. Ist aber auch nicht besser. Ja. Hat zwei verschiedene Augen. Hä, nein, das ist nur ein Backlistenanzeigefehler. Fehler, das ist ein Anzeigefehler. Ja, okay, der war schon am besten. Der hat auch viel gebaut. Das gebe ich zu. Respectable. Und zweite Runde bauen wir einen Zug. Sorbonia, easy. Easy. Wir haben eine Idee. Oh, wir haben eine Idee. Das ist sehr gut. Wir haben eine Idee, Sorbonia. Das ist schön. Okay, soll ich die Gleise bauen? Ich habe jetzt mal so ungefähr so ein Layout gemacht. Jetzt brauche ich nur so die Slabs. Die musst du halt dazwischen packen, weißt du, so immer ein bisschen freilassen. Okay. So, zack, 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 zack. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du machst die Schiene, ich mache den Zug. Warte, warte. Äh... Kann man auf Ambosser drauf bauen? Funktioniert das, oder? Nein, 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 nein. Du machst... Guck mal, platziere dazwischen, weil du die Slabs. So. Warte, ups. Nein, nochmal, nochmal. Platziere. So, unten auf dem Boden. Warum auf dem Boden? Darum, weil das, äh, Dingensens ist. Weißt du das, meine? Okay, okay. Und warte, ich habe den Gravel zu, äh, schmal. Aber ich baue erstmal das, was du hier habt. Ja. Du bist aus. Ich baue jetzt wahre Kunst. Okay. Was machst du dir ein schönes, Flo? Ich mache, so wie ich mich gerade fühle, weil mein Teammit geliebt ist. Oh, schon wieder. Ähm... Vielleicht kriege ich schon ein paar T-Punkte. Vielleicht. Machst du ein Schild, I was alone? Nö. Ich mache eine Figur, die sich auf die Schienen legt. Oh, das ist... Und dann schreibe ich, this is me, because my teammit left. Nice. Flo, ich gebe den Legendary. Okay, Ronja. Okay. Oh, okay. Tops, ich finde deine Idee visionär. Habe ich dir das schon mal gesagt. Ich finde das sehr gut. Warte, baust du alles zu mit Ambassen? Haben die nicht so Abstände? Ah, nee, aber ich bin hier. Das sind die Schienen. Das sind die Schienen. Das sind die Schienen, ja. Irgendwie baue ich die Ambassen die ganze Zeit. Oder, wir könnten das aber auch anders machen. Wir könnten, um diese Blätter zu machen, können wir ja noch so... Ach, jetzt was ist das? I don't know. Ich war jetzt erstmal hier die Reihe, gell? Ja, mach du da erstmal fertig. Ich mache jetzt schon mal den Beginn der... Des Zuges. Des Zuges. Das freut mich doch äußerlich. So. Und dann... Dann mache ich die immer in so... Alle vier. Darf ich mal. Das wird... Oh, wir haben zu wenig Gravel. Sicher? Ja. Rechte Reihe fehlt noch. Play. Na komm, komm, komm. Das ist ein schlechter Bauer. Das ist insane. Ja, aber ich bin doch da. Also... Das ist schön, Topson. Das freut mich. Ich bin der allerbeste Bauer. Auch wenn Flo mal das Gegenteil behauptet. Das ist schön, Teamate zu haben. Haha, Topson Bauer. Äh... So. Zack, Flo... Zack, Flo stinkt. Zack. 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 Ich bin so... Also da... Zack. Hier, hier. Oh, warte. Ich ändere gleich Biom noch in den Dschungel um. Und dann haben wir wenigstens diese grüne Grün. Wirklich so. So, das ist... Oha, das wird voll gut. Ja. Ich hab's. Mensch, ich wusste gar nicht, dass so ein Künstler in dir steckt. Vision. Ja, ich seh schon. Du hast immer drüber nachgedacht. Eine Kunstkarriere zu... Äh... Ja. Verfolgen. So, ich mach hier ein bisschen Gras links, rechts. Einfach für... Ambiente. Ob das nicht so kahl aussieht. Haha, kahl. Florian heißt kahl. Das stimmt. Wie ist es so kahl zu heißen, Flo? Ja, kahl. Wie nennt man ein Mann ohne Auto? Carlos. Jetzt wird das Video gesperrt. Ja. Warte, ich mach hier so Glas... Äh... Stangeplatten rein. Ja, mach das. Oh mein Gott. Ja, äh... Ja, genau. Mach das so, dass das... Kannst du vielleicht drinnen noch Bänke machen? Also so... So... Stairs? Äh, ja. Klar. Wie ich mir gedacht hab, das sollte eigentlich ein bisschen mehr... Dingern, das uns aussehen. Okay. Kannst du vielleicht ein paar Leute reinmachen? NPCs, so mäßig. Und ich bau noch die Fenster auf der anderen Seite, aber dann bin ich dran. Gott. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. NPCs. Mittlerweile weiß ich auch, wie man NPCs benutzt. Ich bin meiner Zeit weit voraus. Äh, Ronja, Ronja, Ronja. Ich bräuchte Explosionen... Äh, hier. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Mach, mach... Oh nein, 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 nein. Von der macht schon... Was? Lösch den, schnell, lösch den, schnell. Mach's schnell. Lösch den. Lösch den. Rechtslegt draufmachen. Rechtslegt draufmachen. Schließen. Äh. Mach Explosionenpartikel. Explosion. Explosionspartikel. Explosionpartikel. Wo? Mein Gott. Äh. Äh. Wo ist Explosion? Hier ist Explosion. Oh nein, stell hier immer mal! Ich hab, ich hab einen explodiert. Oh, das Wein! Ich geb den Legendary Flow. Das ist meh. Was ist das? Ah, Pixel, ah doch! Alles klar, du bist im Verkackert. Das ist, glaub ich, nicht ganz vollständig. Nein, das ist kein Zook. Das ist, äh, wow. Was ist das denn? Das ist super kacka. Man, ich wurde nicht mit dem... Guck mal, das ist so ein Kohle-Container. Ich will Team-Modus so viel Zeit haben wie bei Pro-Modus. Same, das wär echt... Guck mal, das sieht ganz gut aus. Er kriegt ein okay von mir. Weißt du, was ist besser als die davor? Ich geb ihn gut. Man muss ja auch irgendwo... Oh, das ist nice! Oh, der kriegt Legendary. Der kriegt ihn gut. Die sehen alle kack aus. Sieht legit einfach richtig gut aus. Ja. Ich geb'n kacka. Ich will keinen super kacka geben. Ja, dein sieht auch gut aus. Ja, dein sieht auch gut aus. Das stimmt. Guck mal, das ist unseres. Ja, es ist... Es ist besser als... Es ist besser als die... Da rum, Alter. Da muss man auf der Schiene was Dings machen kann. Das hat der, der hat einen Bahnhof gebaut. Und einen, äh, Ikea-Bus. Ich dachte mir auch, das ist ein Ikea-Bus. Ich geb'n kacka. Train-Station. Das ist ein Fortnite-Bus. Okay, das ist nicht so schlecht. Das sieht aus wie ein Monster Truck. Das sieht wirklich aus wie ein Monster Truck mit dem... Ich geb' dem gut. Ich geb' dem gut. Firepower 2 hat sich da was verdient. Mhm. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin zweiter Platz. Ein Punkt hinter dem. Ich fand ja gute Lokomotive. Ich bin fast gewonnen. Ich bin fast gewonnen. Das war's für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann darfst du ein Domo. Ich bin wirklich fast gewonnen. Ich bin wirklich fast gewonnen. Ist echt so. Wenn dem gewonnen hättest, das wär... ...verdient. Ja, gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.